Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Timo und in dieser Videoserie stelle ich dir den Sprite Media Player der Firma MediaWitz vor. Wenn du wissen willst, wo du den Sprite innerhalb der EU kaufen kannst, schaust du am besten in die Videobeschreibung. Da habe ich dir alle Infos inklusive einer Rabattaktion verlinkt. Auf diese Weise unterstützt du gleichzeitig auch diesen Kanal hier. Beim Sprite Video Player handelt es sich um einen kleinen Full HD Media Player. Er hat die Maße 8 x 6,5 x 1,5 cm und lässt sich so relativ leicht verstecken. Die abzuspielenden Audio- oder Videodateien kann man ihm wahlweise über ein USB-Speichermedium oder eine SD-Karte zur Verfügung stellen. Beim USB-Speichermedium kann es sich zum Beispiel um einen USB-Stick handeln oder eine bis zu 2 TB große Festplatte. Die SD-Karte dagegen darf maximal 32 GB groß sein. Der Sprite kann auch mit einem Bewegungsmelder, einem Auslösekontakt oder einer Erweiterungsplatine verbunden werden. Dadurch kann man ihn um ein paar interessante Funktionen erweitern und so zum Beispiel bestimmte Videos auf definierte Ereignisse abspielen. Darüber hinaus kann er auch über eine serielle Schnittstelle zum Beispiel mit einem Mikrocontroller verbunden werden. Diese Themen behandle ich aber in separaten Videos. Das Video- bzw. Audiosignal kann wahlweise über AV- als auch über HDMI ausgegeben werden. Fangen wir mit der Verpackung an. Der Player kommt in einer kleinen grünen recht stabilen Box daher. Nach dem Öffnen bekommen wir zunächst den Video-Player und danach das Zubehör zu Gesicht. Dieses besteht aus einem 5-Volt-Netzteil mit verschiedenen Adaptern für gefühlt alle Steckdosen weltweit, einem AV-Videokabel, einem Stecker für das Anschließen eines Auslösekontakts und einer Infrarot-Fernbedienung. Wir nehmen den Player jetzt kurz zusammen in Betrieb. Dafür starten wir mit dem Netzteil und setzen auf dieses den für uns passenden Adapter und schließen es anschließend an den Sprite an. Dann stecken wir unseren Datenträger, in diesem Fall eine SD-Karte, mit einem Video rein. Das Video sollte direkt auf der SD-Karte abgespeichert werden und nicht in einem Ordner. Jetzt schließen wir den Player an das HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes an. Das kann zum Beispiel ein Fernseher oder ein Beamer sein. Zum Schluss stecken wir noch das Netzteil in die Steckdose. Der Player geht jetzt automatisch an und startet das Video. Mit unserer Fernbedienung haben wir die Möglichkeit im Setup-Menü die Auflösung des Players zu verändern. Diese liegt ab Werk bei HD, also 1280x720 Pixeln. Wir haben aber ein Wiedergabegerät mit Full-HD, sprich 1920x1080 Pixeln und wollen natürlich die volle Auflösung haben. Dazu öffnen wir mit der Taste Setup das Menü. Sollte der Sprite nicht auf deine Fernbedienung reagieren, check kurz, ob du das Plastikstück, welches die Batterie von der Fernbedienung trennt, auch wirklich entfernt hast. Jetzt gehen wir mit den Pfeiltasten auf Video Output Mode und drücken Enter. Wir wählen HDMI 1080p aus. Die Zahlen dahinter stehen für die Bildwiederholfrequenz, die von deinem Wiedergabegerät abhängt. In meinem Fall sind es 60 Hertz. Mit Enter bestätigen wir die Auswahl und kehren mit Return zurück ins Setup-Menü. Das Audiosignal wird standardmäßig über HDMI ausgegeben. Wer direkt am Sprite seine Boxen anschließen will, kann im Menüpunkt Audio Output Mode AV auswählen und das Audiosignal stattdessen über das AV-Kabel abgreifen. Über ein weiteres Drücken der Return-Taste verlassen wir jetzt das Menü. Deine Dateien werden jetzt vom Player in Schleife abgespielt. Du willst wissen, wie du die Videos in zufälliger Reihenfolge abspielen kannst oder wie man am Sprite einen Bewegungsmelder bzw. einen Auslösekontakt anschließt, dann empfehle ich dir, meine Playlist zum Sprite anzuschauen und meinen Kanal zu abonnieren, damit du auch die nächsten Videos zum Player nicht verpasst. Solltest du noch Fragen zum Sprite haben, kannst du diese gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.